Wir haben einen neuen Raum gefunden. Okay, Nick, wo machen wir jetzt die Bar hin? Falls euch wundert, warum manchmal ein bisschen was heller wird oder so. Wenn es manchmal ein bisschen zu dunkel ist und wir gerade keine Fakke verraten haben. Ich habe so ein Programm als Gamma Control. Hier seht ihr, kann man ganz hell machen, ganz dunkel machen. Eigentlich ist es ja für CSS da, aber ist ja auch egal. Das geht hier genauso. Oh, mir gehen langsam die Pfeile aus, scheiße. Lass sie, lass jetzt hier einen fliegenden Tisch machen. Ja, warte mal kurz zum Moment warten. Das ist einfach auf die Nacht scheiße. Ey, Malte, wir haben Betten. Ja, egal. Ihr könnt schlafen gehen. Ich kann nicht schlafen, weil hier ein Monster in der Nähe ist. Okay. Ähm. Ich würde sagen, dass wir hier so die Theke hinbauen. Ja, ich würde sagen, wir fliegen sogar die 31 im Rücken. Oh, kacke. Ja, ich muss hoch. Ich würde, dass man da drauf guckt oder nicht? Nein! Bist du verreckt? Nein, aber der Creeper hat unser halbes Ding hier kaputt gemacht. Nick, mach mal hier hinter noch ein bisschen weiter die Theke. Eins, zwei. Und dass sie hinter eine Wand rissen. Ja, mit Cover Slaps. Das war wie auch mal die heißen Länge. Oh, hier ist, Laurens, hier geht's noch tiefer runter. Hier ist ein Loch. Ja, hier geht's überall tiefer runter. Was machst du? Höh? Trolalala. Genau. Ist das jetzt so die Bar so von, für Bediener? Okay, dann mach ich hier jetzt so. Habe ich geh ins draußen? Warte mal. So, jetzt müssen wir das irgendwie noch. Warte mal. Ich muss hier so. Nein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Das waren irgendwie hier hinter noch Fackeln oder so. Warte. Ja, mach da mal so Glasdinger hinter. Und dahinter machen wir noch. Warte. Ja, nein. Lehn ich jetzt ab. Weiter geht's. Ganz hart. Also jetzt kann ich in Räder. In unserer Stadt. Oh, Räder? Wohnst du da nicht? Nein. Habe ich schon mal gesagt. Na, Rräder. Lass mal hier so. Ah, 747. Ballot jetzt einfach was für seine Stadt. Rräder. Ja, lau. Äh, was ist jetzt hier? Was willst du? Ähm. Dass wir so eine dreischichtige Wand hinter machen. In der ersten. Sind wir überall so ein paar Löcher drinnen. Und äh. Warte mal. Ich brauch irgendwas mal hier. Ich mach Dirt. gut. Also. Ups. Warte. Lass uns weg. Also das würden wir jetzt aus diesen Kabelslabs machen. Und dann würden wir dazwischen immer. Warte. Ups. Nein, warte. Warte. Dass jetzt hier dann zum Beispiel hier ne Fackel ist. Ne. Und die Fackel kommt dann. Hier hinter. Also das weißt du. Da ist da drin ne Fackel. Oh. Pass auf den Creeper. Nick. Weg da. Warte. Ich mach ihn fertig. Nein, nein, nein. Nicht da. Komm. Noch einer. Noch einer. Hä? Hä? Mach der jetzt nicht sonst noch 3 down. Der hätte ja nur einen kaputt gemacht. Wie schwach hat der denn? Noob. Noob. Richtig genug. Ähm. Ne weißt du. Das meint jetzt hier. Dann hab ich ne Fackel. Da hab ich ne Fackel. Ähm. Dass man da ne Fackel reinmacht. Laurenz wir haben ein Problem. Wir können hier nicht schlafen. Weil Monster in der Nähe sind. Wow. Einfach so. Wie als Licht. Das war ein Glas. So Nick. Was soll das so bewerten? Ja das ist hier hinter so ne Background. Dingsbums ist. So wie im Elephant. Wieso weißt du? Ja ich im Elephant da bin ich erst diese Woche. Letztes Mal war ich krank. Was? Nö. Ja. Okay. Machen wir. Warte ich nochmal kurz was unser Cleanie Stoney macht die. Achja. Okay ich glaub unser unser Untersträger ist schlimm aus. Nein hier Laurenz hier. Hier. Oh. Oh. Und ich hör nen Enderman der sich portet. Oh. Hier guck nicht. Bei mir ist grad ne Spinne aus dem Boden gesprungen. Oh. Bisschen buggy. Oh ich. Wo ist der? Ja. Oh. Oh. Dort hier bestimmt gleich irgendwo nen Block einfach der Enderman. Wer frisst gerade was? Ich. Ich. Ich hab's gehört. 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 Die Monster sind schon ein bisschen laut. Sollen wir mal nach oben gehen und gucken? Ja? Ja? Nein. Ich hab keine Lust mehr in dem Cave zu arbeiten. Lass uns bei der nächsten Aufnahmesession machen. Wir chillen einfach ein bisschen. Ja. Okay. Wenn du dann einmal gerade und einmal gaaaanz. Ganz. Ganz. Da sollen wir einfach rausgehen jetzt. Ich glaub wir finden den Ausgang auf die Husche nicht. Doch. Ich weiß wo wir auf jeden Fall aus dem Cave rauskommen und ich weiß in welche Richtung wir müssen. Ja. Wie wir aus dem Cave rauskommen weiß ich nicht. Doch. Das weiß ich. Ich geh jetzt in der Elfen mit 14. Er weiß alle. Ja. Wie wird sein Abitum mit 16 haben? Laurence nimmst du die Sachen dann? Warte. In der Noten. Es sei denn Pair failed. Wahrscheinlich überspringt dann noch eine. Ja. Ich mach jetzt im Sommer Abi. Because he choreoprene. Ja einfach so. Ich nehm einfach die ganzen Wachen mit. Ich hab alle Sachen. Okay. Lass abchecken. Vielleicht schaffen wir es dann auch zu euch. Ich renn dir hinterher. Du rennst vor. Einfach nur waschen. Einfach nur waschen. Den kannst du jetzt Cobblestone mal. Alter ey. Schlägt jetzt doch mal wie Bane an dagegen. Da ist der Enderman. Sollen wir den Enderman töten? Kann den die kaputt machen? Äh. Ja. Die können jetzt kaputt machen. Was ist jetzt hier drin? Türen kann er kaputt machen? Ja. So wie bei Terraria. Also in der. In der. Blutmondnacht. Okay. Also raus müssen wir da oben hin. Immer nach oben hin. Fuck it. Ich bin immer hinter dir. Ey hier. Laurens. Guck mal hier. Können wir einfach hoch schwimmen. Guck mal hier. Ja stimmt. Da oben ist Luft. Äh. Tageslicht. Ey Basti. Ich hab eins. B-b-b-b-b hat das gemacht. Ja. Gut. Ich. Ich. Ich würde jetzt sagen. Wir machen Schluss oder? Nein Laura. Nein. Wir sind. Fast da. Also geht so. Scheiße. Schaffen wir das? Äh. Ich hoffe es. Weil ich letztens nach 12 Uhr wach war. Voll hart. Ey. Boah. Wo müssen wir hin ey? Ich glaube in diese Richtung. Ja. Wir schaffen es noch zurück. Wir brauchen zwei. Zwei Minuten oder so. Zu lange. Mann. Ich glaube wir müssen da rüber. Zu der Wüste oder da so. Irgendwo so. Auf jeden Fall. Es war raus aus dem Wasser. Ich glaube mein Mann ist jetzt sauer und zieht den Strecker. Enter. Stecker. Ich glaube ich bin weg. Egal. Wenn. Dann sag ich euch schonmal tschüss. Wir sehen uns. Warte mal komm. So. Jetzt gebär. Oh. Dann komm ich wieder. Nein. Ähm. Aber ich muss dann einfach nur Schluss machen. Ja. Dann ist ein Aal-Groß. Sieg. Ja. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Wir sehen uns in alter Frische beim nächsten Let's Play. Oder in einer Session wieder. Wo ist denn? Wo ist Nick? Wo ist Nick? Jetzt. Jetzt macht Nick irgendwas. Ich steh mich auf die Brücke und dreh mich besoffen. Okay. Ich bin hinter dir. Okay. Also F8. F8. Okay. F8. Wo ist F8? Da ist F8. Ja. Laurens hat ein Kürbis. Ja. Ich weiß. Ich glaube wir sind sehr am Anfang nicht lang gelaufen. Ja gut. Wir sehen uns in alter Frische wieder. Und wir sagen dann mal tschüss. Tschüss. Destiny Game Zone.